Die meisten Excel-Operationen verwenden Adressen anderer Zellen direkt, um deren Werte in Berechnungen einzubeziehen. Diese Technik wird auch als direkte Adressierung bezeichnet. In Kombination mit der Problemzerlegung können wir so komplexe Formeln berechnen und recht schwierige Probleme lösen. Was wäre aber, wenn wir Adressen selbst berechnen könnten? Wir wären dann nicht mehr davon abhängig, dass unsere Werte in einer bestimmten Reihenfolge vorliegen müssten. Stattdessen können wir mithilfe unserer Programmlogik die Adressen bestimmen, indem wir unsere Werte erwarten. Dazu gehen wir einen Schritt zurück und fragen uns, wie die Adressierung in Excel funktioniert. Excel verwendet eine zweidimensionale Organisation von Zellen auf einem Arbeitsblatt. Jedes Arbeitsblatt in unserer Tabellenkalkulation können wir uns also wie ein Koordinatensystem vorstellen, auf dem wir jede Adresse über die entsprechende Zeilen- und Spaltennummer erreichen. Excels bekannteste Adressierungsform ist die sogenannte A1-Adressierung. Dabei bezeichnet der Buchstabe die Spalte und die nachfolgende Zahl die Zeile einer Zelle. So finden wir recht einfach, wo unsere Daten und Operationen auf dem Arbeitsblatt stehen. Neben dieser Adressierung gibt es in Excel auch noch die sogenannte ZS-Adressierung. Bei der ZS-Adressierung steht das Z für Zeile und das S für Spalte. Hinter diesen Buchstaben steht jeweils eine Zahl, die die Position der Zelle angibt. Das Interessante an der ZS-Adressierung ist, dass wir die Zeilen und die Spalten abzählen können. Weil wir nur mit Zahlen arbeiten, können wir mit diesen Werten natürlich auch rechnen. Damit wir uns die verschiedenen Schreibweisen für die Adressen nicht merken müssen, gibt es die Adressefunktion. Die Adressefunktion hat zwei geforderte Parameter, die Zeilen und die Spaltennummer. Standardmäßig gibt die Adressefunktion einen absoluten Bezug auf dem aktuellen Arbeitsblatt aus. Absolute Bezüge sind Adressen, bei denen die Spalte und die Zeile mit einem Dollarzeichen fixiert sind. Über zusätzliche Parameter dieser Funktion können wir die Adressierung anpassen oder Adressen auf einem anderen Arbeitsblatt erzeugen. Mit der Ist-Bezug-Funktion überprüfen wir, ob eine erzeugte Adresse gültig ist. Wenden wir die Ist-Bezug-Funktion auf das Ergebnis der Adressefunktion an, dann erhalten wir den Wert War. Beachten Sie, dass dieses Ergebnis nur eine besondere Zeichenkette ist. Die Ist-Tex-Funktion gibt deshalb auch den Wert War zurück. Ohne einen zusätzlichen Schritt können wir daher mit einem Bezug nicht viel anfangen. Damit wir auf die generierte Adresse zugreifen können, müssen wir Excel mitteilen, dass es sie auswerten soll. Das erreichen wir mit der Indirekt-Funktion. Die Indirekt-Funktion wertet eine Bezug-Zeichkette aus und gibt den Wert an der entsprechenden Adresse zurück. Fassen wir die beiden Funktionen zusammen, rufen wir immer erst die Adresse und dann die Indirekt-Funktion auf. Dieser Doppelschritt wird als indirekte Adressierung oder auch als dynamischer Verweis bezeichnet. Den Nutzen der indirekten Adressierung veranschaulichen wir uns an einem einfachen Beispiel. Wir haben eine Tabelle, in der Worte, Zeilen- und Spaltenweise angeordnet sind. Die Anzahl der Spalten ist aber nicht strukturiert und variiert zwischen den Zeilen. Die Wörter möchten wir aber untereinander in eine Spalte schreiben. Weil die Werte ungleichmäßig verteilt sind, können wir nicht einfach direkt adressieren und der Autoausfüllen-Funktion den Rest überlassen. Für dieses Problem wählen wir einen Algorithmus, der alle Werte findet und untereinander schreibt. Dieser Algorithmus arbeitet bis zur ersten leeren Zelle in einer Zeile. Danach wechselt der Algorithmus in die erste Spalte der nächsten Zeile. Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis der Algorithmus auf eine Zeile trifft, in der die erste Zelle leer ist. Aus der Beschreibung des Algorithmus lassen sich zwei Abbruchbedingungen ableiten. Die erste Abbruchbedingung tritt ein, wenn wir auf die erste leere Zelle in einer Zeile treffen. Dann müssen wir in die nächste Zeile wechseln und zurück in die erste Spalte gehen. Die zweite Abbruchbedingung trifft zu, wenn wir auf eine leere Zelle in der ersten Spalte einer Zeile treffen. In diesem Fall darf unser Algorithmus nicht weiterarbeiten. Wegen der zwei Abbruchbedingungen können wir diesen Algorithmus in zwei Teilprobleme zerlegen. Das erste Teilproblem ist das Finden des Zeilenendes und der Wechsel in die nächste Zeile. Das zweite Teilproblem ist das Finden des Endes unserer Daten. Bevor wir diesen doch recht komplizierten Algorithmus erarbeiten und mit unseren echten Daten laufen lassen, generieren wir uns ein paar Testwerte, mit denen wir prüfen, ob unser Algorithmus richtig funktioniert. Dazu schreiben wir in die erste Zeile eines neuen Arbeitsplatzes die Werte, Daten sowie und. Danach schreiben wir in die zweite Zeile den Wert Information. Die dritte Zeile lassen wir leer. Diese Testwerte haben unterschiedlich viele Worte in jeder Zeile. Weil wir diese Testwerte kontrollieren, wissen wir auch schon, wie unser Ergebnis aussehen muss. Wir erwarten, dass in unserer Ergebnisspalte die Werte Daten und sowie Informationen untereinander stehen. Bei den logischen Ausdrücken haben wir schon einmal von Randbedingungen gehört. In diesem Fall sind die Randbedingungen die leeren Zellen am Ende der ersten und zweiten Zeile, sowie die leere Zelle am Anfang der dritten Zeile. Damit wir sehen, dass unser Algorithmus korrekt in die richtige Zeile wechselt und am Ende anhält, fügen wir noch drei Werte hinzu. In die vierte Spalte der ersten Zeile schreiben wir dazu den Wert Fehler 1. In die dritte Spalte der zweiten Zeile schreiben wir den Wert Fehler 2. Und in die erste Zelle der vierten Zeile schreiben wir den Wert Fehler 3. Wenn unsere Abbruchbedingungen korrekt funktionieren, dann dürfen diese Werte nicht in unserer Ergebnisspalte auftauchen. Sollten wir trotzdem einen dieser Werte sehen, dann wissen wir, dass wir über den Rand hinausgegangen sind. In solchen Fällen müssen wir unseren Algorithmus nachbessern. Für unseren Algorithmus brauchen wir zwei Werte, die die aktuelle Position anzeigen. Ein für die aktuelle Zeile und ein für die aktuelle Spalte. Die beiden Werte initialisieren wir mit der ersten Zeile und der ersten Spalte, mit der wir arbeiten. In unserem Fall ist das 1 und 1. Wir wenden jetzt die Adressefunktion mit diesen beiden Werten an. Wir schreiben deshalb neben unsere Werte die Operation ist gleich Adresse von A7 Semikolon B7. Wir erhalten als Ergebnis die Adresse $A$1. Beachten Sie, dass die Dollarzeichen für unseren Algorithmus keine Bedeutung haben, weil wir die Adresse jedes Mal aus unseren Zählern erzeugen. In die nächste Spalte schreiben wir die Operation ist gleich indirekt von C7. Das liefert unseren ersten Wert. Weil wir die Werte zahlenweise abarbeiten möchten, können wir im nächsten Schritt 1 zur aktuellen Spalte addieren, um zum nächsten Wert zu gelangen. Wir geben also in der nächsten Zeile die folgenden Operationen nebeneinander ein. Ist gleich A7, weil wir in der gleichen Zeile bleiben möchten, ist gleich B7 plus 1, weil wir in die nächste Spalte wechseln. Die anderen beiden Operationen der oberen Zeile füllen wir automatisch aus. Anschließend füllen wir die ganze Zeile für die nächsten zwei Zeilen aus. Wir sehen jetzt, dass die dritte Zeile eine 0 als Ergebnis liefert. Außerdem sehen wir den Wert Fehler 1 in der vierten Zeile. Das sollte natürlich nicht so sein. Wir erinnern uns, sobald wir in der aktuellen Zeile eine leere Zelle finden, dann müssen wir in die erste Spalte der nächsten Zeile wechseln. Damit unsere Operationen nicht zu komplex werden, schreiben wir an die Adresse E7 die Formel ist gleich Adresse von A7 Semikolon B7 plus 1. Diese Operation erweitern wir für die anderen Zeilen. Jetzt passen wir die Operation an der Adresse B8 an. Vor die bestehende Operationen schreiben wir wenn ist leer, Klammer auf, indirekt, von E7. Klammer zu, Semikolon, 1, Semikolon. Jetzt bestätigen wir diese Operation. Damit setzen wir unseren Spaltenzähler auf 1 zurück, sobald wir eine leere Zelle in einer Zeile finden. Wir füllen diese Operation wieder für alle Zeilen aus. Wir sehen nun, dass wir zwar nicht mehr die leere Zelle und den Fehlerwert sehen, dafür aber zweimal die Werte der ersten Zeile. Das passiert, weil wir die Zeile in der ersten Spalte noch nicht hochzählen. Wir erweitern also auch die Operation an der Adresse A8. Wir schreiben vor unsere bestehende Referenz wenn, Klammer auf, B8 ist gleich 1, Semikolon, A7 plus 1, Semikolon. Damit stellen wir sicher, dass wir immer auch eine Zeile weitergehen, wenn wir in die erste Spalte zurückspringen. Diese Operation füllen wir ebenfalls für alle anderen Zeilen aus. Jetzt stehen alle unsere Testwerte schön untereinander. Wenn wir unseren Algorithmus für eine zusätzliche Zeile ausfüllen, erscheint jedoch der Wert Fehler 3 in unserer Ergebnisspalte. Unsere zweite Abbruchbedingung lautet aber, dass der Algorithmus nicht weiterarbeiten darf, sobald eine leere Zelle am Anfang einer Zeile gefunden wird. Anders ausgedrückt, wir wollen nur dann eine Zeile hochzählen, wenn wir aktuell in der ersten Spalte sind und in der vorangegangenen Operation keine leere Zelle adressiert wurde. Dafür fügen wir an der Adresse F10 die Operation ist gleich, ist leer von indirekt von C10 ein. Diese Operation gibt einen Wahrheitswert zurück, der anzeigt, ob die aktuelle Adresse auf eine leere Zelle zeigt. Mit anderen Worten, die Operation ergibt wahr, wenn unser Algorithmus fertig ist. Auch diese Operation füllen wir für alle Zeilen aus. Wir erweitern an der Adresse A11 den logischen Ausdruck der Wenn-Funktion mit und nicht von F10 Semikolon. Wir dürfen die schließende Klammer nach B11 ist gleich 1 nicht vergessen. Wie erwartet, arbeitet unser Algorithmus nicht mehr weiter und wir sehen den Wert Fehler 3 nicht mehr. Deshalb füllen wir diese Operation wieder für die vorangegangenen Zeilen aus. Es bleibt nur noch die unschöne 0 für die leere Zelle in der Ergebnisspalte. Damit wir die loswerden, schützen wir die Operation in der D-Spalte mit Wenn von F7 Semikolon Anführungszeichen Anführungszeichen Semikolon Damit geben wir eine leere Zeichenkette zurück, wenn der Algorithmus fertig ist. Nachdem wir diese Funktion für alle Zeilen ausgefüllt haben, sehen unsere Ergebnisse schon recht gut aus. Wir räumen noch schnell auf und schieben unsere Ergebnisspalte hinter unsere Hilfsoperationen, damit das Ergebnis sich schön von den anderen Operationen abhebt. Bevor wir weitermachen, füllen wir unsere Operationen für einige weitere Zeilen aus. Jetzt sind wir soweit, um den Algorithmus mit unseren eigentlichen Daten arbeiten zu lassen. Die Daten stehen aber auf einem anderen Arbeitsblatt. Das ist soweit kein Problem, denn wir können ja auch Referenzen auf andere Arbeitsblätter erstellen. Die Adressefunktion unterstützt das mit dem optionalen fünften Parameter für einen Tabellen- oder Arbeitsblattnamen. Arbeitsblattnamen schreiben wir über unsere Operationen. Werte, die von einem Algorithmus nicht verändert werden, bezeichnen wir übrigens als Konstanten. Dazu gehört der Arbeitsblattname. Damit wir die Bedeutung unserer Konstante auch in unserem Programm nachvollziehen können, benennen wir diese Zelle mit Wertetabelle. Jetzt passen wir die beiden obersten Aufrufe der Adressefunktion an. Wir erweitern beide Aufrufe der Adressefunktion, indem wir schreiben Semikolon, 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 Wertetabelle. Damit teilen wir der Adressefunktion mit, dass wir Adressen für ein anderes Arbeitsblatt möchten. Diese beiden Operationen erweitern wir wieder für alle Arbeitsschritte. Nun stehen in der Ergebnisspalte alle Werte unserer Eingabedaten schön untereinander. In diesem Video haben wir die indirekte Adressierung von Excel kennengelernt und das Zusammenspiel der Adresse- und der Indirektfunktion behandelt. Damit können wir Algorithmen für unstrukturierte Daten entwickeln. In unserem Beispiel haben wir die Problemzerlegung genutzt, um Werte in eine strukturierte Form zu überführen. Wir haben mit Hilfe von Testwerten und speziellen Randbedingungen die Funktionalität unseres Algorithmus entwickelt und überprüft. Beim Testen haben wir eine neue Art von Randbedingungen kennengelernt, nämlich Überlaufwerte, die nur dann erreicht werden, falls Abbruchbedingungen nicht richtig funktionieren. Erst zum Abschluss haben wir unsere Logik auf die eigentlichen Werte angewendet. Nutzen Sie diese Technik, um Ihre Algorithmen in einem überschaubaren Rahmen auf Korrektheit zu prüfen, bevor Sie damit Ihre Daten bearbeiten. Zum Abschluss fragen Sie sich, wie sich der Algorithmus verändert, wenn Sie die Ausgabe spalten und nicht zeilenweise sortieren wollen. Beachten Sie, dass die Eingabedaten weiterhin zeilenweise organisiert bleiben. Wie immer, schreiben Sie Ihre Lösung unten in die Kommentare. Beachten Sie, wenn Sie die Eingabe anschauen, wie Sie die Eingabe und Sie können nachdenken, überprüfen Sie einen Satz auf und auf den Anbelang und auf der ,